Also Nancy, ich will auf jeden Fall meine Haare offen tragen mit so einer leichten Welle und beim Make-up lasse ich dir freie Hand. Ich denke mal, du weißt, was mir steht. Okay, das bekommen wir hin. Gar kein Problem. Hör mal Nancy, ich hab da mal eine Frage. Ich war letztens bei der Post und da hab ich gesehen, dass die Natascha hier war. Was wollte die eigentlich hier? Du meinst die mit den dunklen, kurzen Haaren und diesen leichten Strähnchen? Ja, genau, die meine ich. Sie war zum Brautstyling hier. Das ist die Braut, die ich vor dir fertig mache. Hä? Die ist Single und geht gar nicht heiraten. Das ist die Ex von meinem Freund. Ähm, okay, dann verwechsel ich sie vielleicht. Das sieht so schön aus. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich schon freue. Hi Natascha, ich habe gehört, dass du gar nicht heiraten gehst und gar keinen Freund hast.